Magistra Vox verknüpft ist. Allerdings... Sag mal, was ihr gesehen habt. Ach, ich habe nichts weiter sehen können als den Namen des Chaosbringers. Etwas interferiert mit meiner Hellsicht und blockiert bei jeder Gelegenheit meine Bemühungen. Ich vermute, dass wir uns einer Macht jenseits aller sterblichen Vorstellungskraft stellen müssen. Hm, doch nicht. Was sollen wir tun? Wir müssen entsprechende Maßnahmen ergreifen. Ich werde die Studenten versammeln und mich vergewissern, dass das Gelände sicher ist. Ich hätte gerne, dass ihr die Falltür benutzt, um die Bibliotheksgewölbe zu untersuchen. Ich habe nichts von der Bibliothekarin gehört und das erfüllt mich mit namenloser Besorgnis. Nun gut, ich überprüfe die Bibliotheksgewölbe. Traumreise. Ich verschlucke Wörter. Das Untergewölbe von Shad Astula erinnert mich so ein bisschen an das Unterreich. Aus Neverwinter Nights. Eins. Addon zwei. Ha 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 ha. Ah. Ah, Valin. Ihr seid direkt in meine Falle gelaufen. Hey. Noch ein Student. Noch ein neuer Soldat für die Leitgeborenen. Hallo. Gib mir meine Ausdauer zurück. Bevor es mich aus dem Leben reißt. Jetzt portet er mich weg, der Sack. Hallo. Geht's noch? Oh gut. Ihr seid endlich wach. Was ist geschehen? Schad Astula wurde überrannt. Die letzten Leitgeborenen, wie es aussieht. Sie brauchen offenbar mehr Soldaten. Und sie bekommen sie auch. Sie haben eine Art Zauber gewirkt, um die Studenten zu versklaven. Sie zwingen Studenten für sie zu kämpfen? So sieht es aus. Der Zauber hat nicht auf uns gewirkt. Warum, weiß ich auch nicht. Wir führten gerade die Befehle des Erzmagiers aus. Da haben uns die Leitgeborenen gefangen und zu euch hier hineingeworfen. Welche Befehle ließt euch der Erzmagier ausführen? Als der Ärger losging, gab er uns ein paar akane Gegenstände und befahl uns, sie zu verstecken. Dann zog er selbst los. Ich bin froh, dass ihr wach seid. Könnt ihr uns hier herausholen? Ich kann's versuchen. Was immer ihr auch vorhaben mögt. Ihr habt meine volle Unterstützung. Dessen könnt ihr euch gewiss sein. Lebet wohl. Habt ihr noch? Das ist schrecklich. Die Akademie ist in Gefahr. Der Erzmagier wird vermisst und ich bin hier bei euch eingesperrt. Wer hat euch gefangen genommen? Der General der Leitgeborenen. Einer der älteren Studenten hat ihn erkannt. Er meinte, es wäre Davarsen. Er war früher der Assistent des Erzmagiers. Wo ist Erzmagier Walein hin? Walein hin? Wer weiß. Er murmelte etwas davon, nach Hatma und einem Vertrauten suchen zu wollen. Was meint ihr, wofür die Leitgeborenen uns brauchen? Hm. Nichts Gutes habt ihr euch schon an dem Tor versucht? Ich hatte Angst davor. Da draußen sind überall Wachen. Vielleicht könnt ihr einmal nachsehen. Ganz diskret. Die haben mir meine Waffen ja noch nicht abgenommen. Ping von 140, äh 410, so rum. Rums. Das Tor ist fest verschlossen. Lass mich in Ruhe. Tut mir nicht will. Was war das? Oh. Ein Zwerg. Zurück vom Tor. Ich komme dort. Ja, komm doch. Das muss der Vertraute sein, von dem uns der Erzmagier erzählt hat. Meister mich geschickt. Meinte ich euch retten soll. Meister schickt mich euch zu retten. Riecht gesund. Sieht aber lustig aus. Was müssen wir tun? Ich öffne ein Portal und wir dann gehen los und finden großen Nord. Name ist Hattmeer. Oder Hattmeet. Ich vergessen. Sterbliche, immer dumme Namen. Egal. Kommt. Kommt. Wir jetzt gehen. Großer Nord versteckt sich in Gebäude neben dort, wo wir auftauchen. Was ist mit Lena und Tetras? Bleiben hier. Meister sagt, sollen noch nicht sterben. Ich hole, wenn die Zeit kommt. Keine Sorgen. Na dann, ist ja klar. Gehen wir nicht. Gehen wir nicht. Gehen wir nicht. Ich hole andere beide später. Ich hole andere beide später. So, hier bin ich erstmal sicher. Ich mache eine kleine Pause. Fünf Minuten oder so. Dann geht es gleich weiter. Derweil können wir ja mit Musik aushelfen. Ich mache nur eine fünf Minuten Pause. Das bitte, wo ich jetzt halten kann. Amen. 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 So, da bin ich auch wieder. Ich renne gleich weiter. Mal gucken, wie lange stream ich jetzt eigentlich schon. Jetzt hatte ich erst die Frage, wie lange ist das Video? Ja. Toll, da kann man die Uhrzeiten nicht heraus erkennen. Doch, da. 21.44. Hm. Knapp zwei Stunden. Das sind vier Videos. Ne, acht Videos. Okay. Der hat echt komische Geräusche hier. Ja. So. Tja. Wir warten hier erstmal eine Weile. Hm, 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 hm. Das Wintergrün ist halb da. Ah. Ich glaube mein Charakter will los. Ja. Ja, jetzt können wir langsam losgehen. So. Oh. Ach, mein Uhr juckt. Ich glaube ich mach nicht mal lang. Ich mach nur ums Null Uhr und dann habe ich auch genug Videos für die Überbrückung. Für alle, die das Video jetzt gerade einschalten auf YouTube. Das ist ein Teil einer Videoserie. Einfach nur Testphase. Ha. Äh. Ha. Ach, das Viech kämpft auch mit. Cool. Hm? Nö. Das sind zu viele. Ich bin gerade mal Level eins. Und, äh, Level 20. Wo soll ich denn hin? Raus? Offen... Öh. Offensichtlich. Nein. Doch. Oh. Ich hab's geschafft. Ich... Konnte entkommen. So, ich versuch möglichst Kämpfe zu vermeiden. Wird mir allerdings nicht gelingen. Ist das Flachs da hinten? Ne. Das war ein Stein. Ich kann Stein von Grün... Von Blauem nicht mehr unterscheiden. Ja. Tschüss. Boahm. Verteilen! Boahm. Verteilen! Gold. Aua. Hier. Kann ja auch. Unhöflich. Wie ein Feuerball in den Rücken zu schießen. Knack, 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 knack. Ne, ne. Das hab ich nicht von dir gedacht. Bücher egal. Huch. Da versteckt er sich auch so. Können wir nicht entscheiden, wo ich hin will. Hatma freut sich euch zu sehen. Der Erzmagier sagt, ihr kommt bald. Und da seid ihr. Was ist los? Warum redest du in der dritten Person? Hatma ist sich nicht sicher. Im einen Moment gehe ich durch die Ausbildungshalle und... Boom! Im nächsten Moment landet Hatma auf seinem Hintern. Bin hier drin aufgewacht und der Erzmagier steht über mir. Er sagt, dass ich hier warten soll, bis ihr auftaucht. Ich habe gewartet und ihr seid aufgetaucht. Hat der Erzmagier sonst noch was gesagt? Ja. Er meinte, ich soll mein Totem draußen am großen Felsen aufstellen. Lena hat ihre Kassette da oben versteckt. Die Kassette ist sehr wichtig. Wir müssen sie finden und zu Lena bringen. Ja, das müssen wir. Wo ist sie? Da draußen. Ihr setzt das Totem ein, um die Kassette zu erreichen. Während Hatma am Boden bleibt. Danach finden wir Lena. Coole Sache. Das ist da oben auf dem Pilz, glaube ich, oder so. Ziemlich weit oben. Ah. Scumpen. Scumpies. Ja, so ein bisschen Nerven tun die ja. Ja, hier gibt es sie auch. Ach, da ist das Totem schon. Okay. Ja, das ist ja einfach. Ähm. Ja, das ist das. Aber es soll mich bleiben. Und dann, wenn der eine Bedeutscheß ist, dass es nicht so, das ist.